Gute Nachrichten für Bahnfahrer. Die Bahncard wird günstiger. Verbraucher müssen künftig 10 Prozent weniger für eine Bahncard 50 oder eine Bahncard 25 zahlen. Somit soll die im Klimapaket der Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent auch für die Rabattkarten der Bahn gelten. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben dem nach dpa-Informationen zugestimmt. Der neue Preis gilt für alle Bahncards mit Gültigkeit ab dem ersten Februar. Wer in den kommenden Tagen seine Bahncard für den Februar bestellt, soll also bereits von der Preissenkung profitieren. Mit den Bahncardtypen 50 und 25 zahlen Kunden die Hälfte bzw. ein Viertel weniger für ihre Tickets. Mit der Mehrwertsteuersenkung will die Bundesregierung mehr Menschen dazu bewegen, vom Auto oder dem Flugzeug auf die klimafreundlichere Bahn umzusteigen. In Deutschland besitzen mehr als fünf Millionen Menschen eine Bahncard.